Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Hitmaster. Und ja Leute, viele von euch wollten Video Hitmaster sehen. Wir sind gerade im Auto, Leute. Wir fahren gerade zu Wien. Ok Leute, und erstes Mal... Also, das haben wir schon mal. Wir sind da bei uns im Kurs. Und können wir diese verpassen. Halt die Video klären. Dann bin ich sofort benachrichtig, sobald ich das Video fahre. Ok Leute, los gehts. Im Auto heute. Heute sind wir in unserem Auto. Ok. Bäm. Ok. Wir haben ihn getroffen. Wunderschön. Oh, ok. So. Ja, nice Leute, nice. Nice Leute. Bäm. So, so. Hallo, kann ich bitte... Ja, wow. Ok Leute, ich habe jetzt kein... Also, ich habe schon ein... Oh, nee. Wartet mal Leute, ich kann einfach mein Internet ausschalten. Und... Wartet jetzt Leute. So. So. Nein Leute. Ich... 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 Drücke auf X Leute. Wo ist noch irgendwas? Ähm... So. Jetzt. Okay. Das Spiel geht auch ohne Internet. Aber wir... Ich brauche das trotzdem. Wunderschön. Wunderschön. Na gut. So. Batsch. Batsch. Nice Leute. Und jetzt wird's schwierig. So... Komm schon. Na super Leute. Ja, okay. Ich hab schon einen Tipp, okay? Ich hab schon eins. Okay. Batsch. Und jetzt... Ja. Jetzt haben wir ihn getroffen, Leute. Und wir haben... Ich hab alle eine Möglichkeit. Ist mir das hier... okay und jetzt so ja und jetzt so wunderschön heute wunderschön also heute er sieht das also okay also wir haben sie 400 gold okay jetzt gibt mir 83 prozent er kann bald das freischalten das explodiert wunderschön heute in auf level 43 das ist brutal leute und nie haben wir ernsthaft jetzt alles verballert okay so okay so so nice und jetzt nein hey leute wie soll man das schaffen das ist echt schwer so und ich habe ja nur die obere fehlt noch kommt schon zwei schüsse wartet mal leute so und nie fast leute jetzt leute das war mega knapp gerade oh danke 350 gold sehr schön leute sehr schön wir haben das geschafft okay also leute ich bin ein clown wie ihr wisst 66 prozent noch das ist leicht oder auch nicht nur das hier also das ist eine falle leute okay so alter wenn das sowas in echt nehmen passiert das würde das wäre eine katastrophe geben und nie okay leute wartet also so aha jetzt habe ich es okay also leute ich mache mehr von hitmaster ab weil ihr mögt das drücken wir auf play und so oh nee oh nee wow wartet mal leute ich musste nur da oh ok leute also nein ich musste nix okay so jetzt ok leute das ist echt schwer das holz hier zu treffen so 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 ups wow ups ups dupsi ok wartet mal leute hä er ist schon gestorben ok so so wartet mal so so und so ah ja leute ich verstehe das so 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 und jetzt so und komm schon erwischt die andere seite ja das wird sicher nicht klappen so wir müssen irgendwas anderes überlegen ok ähm so 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 und jetzt so komm schon und jetzt so ja wir haben's wir haben's leute wir haben's wunderschön wunderschön ok leute wir müssen mehr boss kämpfe bekommen wow oh gott leute das war sehr krass what so also leute und die äh können wir sich bitte jetzt töten ja also leute sehr schön sehr schön ok komm schon herunter sehr schön sehr schön also leute ihr seht das also es ist echt nicht einfach heute also drücken wir auf play wir sind bei 6 Minuten ok dann wartet ähm ok das hat nicht geklappt leider nochmal leute ja jetzt haben wir's ok oh ne ups ich hab auch gesehen auf die zivistin getroffen so und jetzt ähm oh ne wow dein kopf ist auch runter gefallen die können immer dancen äh die haben angst ok hä wartet mal leute wie sollen wir das machen so ne wartet mal leute wartet 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 nein ok wartet mal leute so what jawohl patsch und leute warum lebt das es echt nicht so ganz ok heute mein ich hab nur 16 prozent bei bei dem akku drücken wir auf play so wunderschön so dann dann machen wir den hier so perfekt tomatico leute wir haben es geschafft also mit einem schuss sollten die auf jeden fall nicht sterben oh oh ne nein ok jetzt jetzt haben wir es ok nochmal ab what gehen wir wow also ok ah das war ewig nicht mehr ok also ich habe länger nicht mehr hipsmaster gespielt und dafür ja ok ok also 10 sekunden noch komm schon paar leute noch komm schon ok komm schon schneller so die zeit ist vergangen ok 35 mänchen hier getroffen oh ok 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 leute wartet so ups jetzt ok jemand ist schon getroffen geworden ja wunderschön normalerweise eh mehr schüsse aber ist ok ist ok leute ja das ist mit einem schuss erledigt so bum ups das war nicht so gemeint ja das war nicht so gemeint leute noch einmal so ja jetzt jetzt haben wir es ok ah welche wache sollen wir holen ich nehme einfach das hier das sieht sehr wunderschön aus obwohl besser aus ok drücken wir auf play ok ok komm schon so ach so ich verstehe das also halt das geht nicht so das geht so und jetzt so oh ne so ups das hat nicht getroffen das trifft nicht ok dann müssen wir uns einen anderen plan überlegen so vielleicht jetzt ne oh nein ja leute wir müssen in drei schüssen das schaffen so und jetzt schnell ja ja da muss man da muss man sehr schnell sein so ich fein den gift so wunderschön ja ich verstehe es ok ich habe es verstanden leute und kriegen wir jetzt 375 gold also geld nein ich werde kein vampire leute ah ja leute ok verstehe boom wunderschön das das war relativ einfach wow das war mir ja krass leute patsch und die auch noch wunderschön also ihr seht das fried und boom ähm oh ne ich will nicht mit internet ok tippen auf starten also 66% ok so ja also jetzt wieder bosskampf das ist sehr gut wir brauchen bosskämpfe also wir müssen irgendwie diesen holz hier treffen also so nie ok also leute wir müssen noch was anderes treffen also da kommt dieser boss also er ist dort so ja ok ok er lebt noch so bisschen bisschen so nee so ja 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 ok wunderschön leute das ist sehr gut oh jetzt müssen wir diese wow wunderschön ok kriegen wir jetzt diesen dingster boomster nein kriegen wir noch nicht aber ist ok 83% wir sind bei 12 minuten wir machen noch die diese ein match noch so so weil dann ist bald mein akku leer ja wunderschön ok ah noch eins ok komm schon ja ok leute wir sind eh bald da ok leute das war's für diese folge von mir ist das ein daumen nach dem da abonni und den kosten wunderschön der namens bad ad am